Musik Liebes Noviso Publikum, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und heute darf ich euch ein Buch vorstellen, vor dem man mich öffentlich-rechtlich gewarnt hat. Das ist ein Grund für mich, um genauer hinzuschauen. Es geht nämlich um dieses Buch von Professor Max Otte mit dem Titel Welt-Systemcrash. Also wenn man das medienwirksam entsorgt, öffentlich-rechtlich, dann gucke ich natürlich umso lieber nach und genau das mache ich heute im Gespräch mit Professor Max Otte. Herr Otte, herzlich willkommen. Endlich hat es geklappt. Endlich, freut mich sehr. Endlich hat es geklappt. Im Vorlauf etwas schwierig. Aber jetzt dürfen wir endlich in ihr Buch einsteigen. Es ist ein Buch vom Thema her. Ja, auf einer Party, wenn man das dabei hat, wird es schwierig, indem man hinterher dann noch sagt, Also lass uns fröhlich so ein tolles Fest feiern. Aber sie haben hier sehr viel zusammengefasst. Ich habe es mit großem Interesse verfolgt. Ich dachte zuerst, es ist eigentlich eher so ein Wirtschafts-, es geht hauptsächlich um Wirtschaft, habe ich gedacht. Aber sie haben es als Geschichtsatlas verfasst auch. Also ich habe wirklich gemerkt, dass sie vieles hineingepackt haben, was man im Laufe der letzten 30, 40 Jahre, also was ich in meiner Lebenszeit erfahren habe, immer so am Rande so ein bisschen mitgekriegt habe. Aber dann mit den nötigen Informationen zusammen ist es doch wie so ein Geschichtsatlas geworden. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir wirklich da einsteigen können. Und ja, so nach dem Motto Noah hat man auch immer belächelt, dass er sich eine Arche baut. Aber dann haben alle blöd geguckt. Müssen wir denn alle jetzt anfangen, eine Arche zu bauen, gleich mal vorneweg? Schaden kann es nicht. Ich meine, selbst das Bundesamt für Katastrophenschutz sagt, man soll Vorratshaltung machen. Also bei der Crash kommt. Vor 13 Jahren habe ich das Thema ausgespart. Ich wollte nicht als Alarmist gelten. Das hat die Mainstream-Presse damals auch gutiert. Also die Zeit hat mal geschrieben, er ist kein Apokalyptiker und so weiter. Aber diese Horrorszenarien sind nicht ganz aus der Welt. Wir hoffen natürlich alle, dass das nicht kommt. Aber ein bisschen Vorsorge, ein bisschen Katastrophenschutz, gehen wir wahrscheinlich später nochmal drauf ein, ist absolut gut. Muss zu einem persönlich passen. Es darf einem nicht das Leben vergellen. Also wenn man nur noch an solchen Dingen denkt, ist es natürlich Quatsch. Aber in der Tat, Vorsorge ist besser als nachsehen. Also jetzt ein Plädoyer, nicht unbedingt sofort in den Panikmodus zu verfallen. Panik ist ein schlechter Ratgeber. Also wenn jemand im Extremmodus ist, dann ist das nie gut. Da neigt man zu irrationalem Handeln. Das ist ja im Moment sowieso so. Wir sollen in Panikmodus versetzt werden. Die ganze Bevölkerung, also diese Schwingungen. Sloterdag sprach mal von Schwingungszuständen. Also der Schwingungszustand, der Erregungszustand wird ja gesteigert. Also ob da jetzt wieder Morde passieren, ob also Straftaten passieren, ob dann wieder gegen Klimathematik, ob gegen Hetze vorgegangen wird, angebliche Hetze. Also es soll tatsächlich dieser emotionale Erregungszustand erreicht werden. Da kann man natürlich leichter gewisse Dinge durchsetzen. Und das hat System. Ich habe vor kurzem meinen Gedanken aufgeschnappt, dass es gerade im Rahmen der Klimaproteste zum ersten Mal auch in der Geschichte der Menschheit so ist, dass Menschen auf die Straßen gehen, um noch für mehr Abgaben zu protestieren. Das ist also auch ein Unikum, dass die Menschen für die Aktionen der Regierung auf die Straßen gehen. Den haben wir so bis jetzt noch nicht hingekriegt. Och doch, im Sozialismus schon. Da wurde dann auch für höhere Normen, also nicht für höhere Abgaben, aber für Stachanov-Helden in der Sowjetunion, also die Vorbilder, die Helden der Arbeit, die dann, und dann gingen sie auch, wir wollen auch wie Stachanov mehr leisten. Das gab es schon im Sozialismus, also im real existierenden Sozialismus. Das schaffen Regimes immer mal wieder, die Leute für sich einzuspannen. Friedrich August von Hayek in der Weg zur Knechtschaft schreibt, also es ist ja bei totalitären Regimes nicht so, dass die Leute das als bedrückend empfinden, sondern die wirklich erfolgreichen totalitären Regimes schaffen es, das Denken der Menschen so zu beeinflussen, dass sie das gerne machen und dass sie das gar nicht mehr als Unfreiheit ansehen. Okay, den Gedanken greife ich gleich nochmal auf. Ich würde gerne nochmal ein bisschen eine Nabelschau machen, wie denn unsere Welt eigentlich ausschaut. Es ist nicht schwer zu erraten, dass die Welt echt in prekären Zuständen ist. Also wir haben den größten Schuldenstand aller Zeiten. Es ist egal, wo man hinschaut, Krieg und Krisen. Mehr Migration als jemand. Mehr Migration, 65 Millionen Menschen sind auf der Flucht, genauso viel wie am Ende des Zweiten Weltkriegs. Es gibt also wirklich sehr polarisierte und zerrissene Gesellschaften. Es entzündet sich an allen Ecken und Enden. Und Sie schreiben eben, dass es daraus einen Crash von dem Weltsystem geben wird. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir mit solchen Informationen um? Sind es dann Fake News? Wenn jemand wie Sie ein Buch auflegt mit 600 Seiten, wird das dann, wie in dieser einen Sendung da, Buchkritik einfach öffentlich zerrissen. Dieser unsägliche Moderator schmeißt es richtig weg sogar. Wie soll man damit umgehen? Die ganzen Informationen, die auf uns einprasseln, wie können wir das einordnen? Wie die Öffentlich-Rechtlichen damit umgehen, Sie haben es ja angedeutet, also der Moderator hat dann einen Satz rausgegriffen, Migration und so weiter. Das Buch handelt nur ganz am Rande von Migration. Es handelt vom Aufstieg Chinas. Es handelt von den Problemen, die unser Wirtschaftssystem hat. Es handelt von der Spaltung unserer Gesellschaft. Migration kommt da fast nicht vor. Das greift er sich raus, nennt mich dann noch alles Mögliche, sagt dann noch zu dem Buch, dass es ihn anekelt, er hat es gar nicht gelesen, schmeißt es weg. Das war in der ARD. Und so geht die ARD damit um, so gehen die meisten Medien damit um. Totschweigen. Es ist trotzdem natürlich ein Bestseller, oder nicht natürlich, aber ich freue mich, dass es trotzdem ein Bestseller geworden ist und Top Ten Spiegel mehrere Wochen gestanden hat. Was ja nicht selbstverständlich ist, wenn ein Buch so unterdrückt wird oder weggeschrieben wird. Aber wie gehen wir damit um? Also ich habe in diesem Buch versucht, wie Sie am Anfang gesagt haben, diese Zustände, auf die unser Weltsystem zusteuert, wirklich fundiert herzuleiten. Zu begründen, politikwissenschaftlich zu begründen. Da hat mir sicherlich meine zehn Jahre in den USA und meine Kenntnis der US-Eliten und mein Studium auch der Sicherheitspolitik in den USA geholfen. Ich kann also die amerikanischen Chefdenker natürlich zitieren, einen Teil davon habe ich kennengelernt. Also ich habe wirklich für denjenigen, der einsteigen möchte, in die Hintergründe versucht, ein Compendium zu schreiben. Man kann es natürlich kapitelweise lesen. Also wenn man sich erstmal die EU vornehmen will, dann liest man über die EU. Wenn man sich Deutschland vorleben will, liest man über Deutschland. Wenn man sich China vornehmen will, liest man über China. Aber all das kommt natürlich zusammen zu einem ganz großen Krisencocktail plus die verschleppte Finanzkrise. Und das versuche ich eben systematisch herzuleiten und zu begründen. Gehen wir doch gleich mal in die Politikwissenschaft hinein. Und ich habe da gelesen, dass der eigentliche Gründer der Politikwissenschaft eigentlich ein alter Grieche ist, namens Tukidides. Und der hat damals in einem klassischen Geschichtswerk, nämlich der Peloponnesische Krieg, hat er diesen langen und zermürbenden Krieg zwischen Athen und Sparta, den hat er in einen Satz gepackt. Und zwar hat er vor 2400 Jahren schon geschrieben. Es war der Aufstieg Athens und die Furcht, die dies in Sparta hervorriefen, die den Krieg unvermeidlich machten. Und in diesem Zusammenhang haben sie auch noch den Graham Allison zitiert. Das ist also ein langjähriger Regierungsberater in der amerikanischen Administration gewesen. Er ist auch Dekan von der John F. Kennedy School of Economics an der Harvard University. Und der hat ein neues Buch aufgelegt. Und genau dieses Thema nimmt er auf. Der Titel, auf Kriegskurs können Amerika und China der Falle des Tukidides entkommen? Also Allison kommt in dem Buch zu dem Schluss, wenn eine aufsteigende Macht sich anschickt, eine regierende Macht zu ersetzen oder zu verdrängen, sollten die Alarmglocken läuten, Doppelpunkt, Gefahr voraus. Heißt das also, dass das moderne Sparta, USA, dem Aufstieg des neuen Athens, also China, werden die dem noch lange zuschauen? Wird dieser jetzt schon bestehende Handelskrieg irgendwann ein richtiger Krieg werden? Man schaut ja nicht zu. Und Graham Allison, der wirklich ultimativer Insider ist, seit Kennedy beraten, hat über die kubanische Raketenkrise geschrieben, ist seit Jahrzehnten im Herz der Entscheidung oder beratend dabei, sagt die Gefahr, dass in so einer Situation Krieg auch vielleicht sogar als Unfall ausbricht, ist sehr, sehr hoch. Und er sagt, wir müssen das einfach studieren, uns diesen Tatsachen nüchtern stellen, um überhaupt die Chance zu haben, das zu vermeiden. Und er untersucht an die 20, 25 Fälle, wo ähnliche Situationen vorlagen. Und in zwei Drittel aller Fälle kam es zu größeren Kriegen und in einem Drittel konnte Kriege verhindert werden. Da kann man sagen, das ist zynisch, die Welt ist weiter. Nein, die Welt ist nicht weiter. Wir Menschen sind so. Staaten konkurrieren um Macht, um Einfluss, setzen auch Militär ein. Je größer sie sind, desto leichter machen sie das, desto aggressiver werden sie. Das zitiere ich auch aus der Politikwissenschaft. Also wir Deutschen haben es zum Glück verlernt. Wir haben aber sogar verlernt, uns selber zu schützen, was natürlich sehr bedenklich ist. Wir lassen unser Militär für andere in Afghanistan rumkurven, wo es nichts erreicht, außer uns zu demoralisieren. Also wir Deutschen sind da ganz anders drauf, durch die zwei schrecklichen Kriege. Aber die Welt dreht sich weiter. Kriege gehören dazu, leider. Und man muss darüber nachdenken und nüchtern darüber nachdenken, überhaupt die Chance zu haben, aus dieser Falle rauszukommen. Sie haben, also China hat die USA beim Bruttoinlandsprodukt überholt, sogar noch drei Jahre, bevor Sie es eigentlich vorhergesagt haben, in Ihrem Buch der Crash kommt. 2013 war das schon, dass also China an den USA vorbeigezogen ist. China ist wirklich ein Riesenproduzent auf vielen Märkten, Erze, Holz, egal was es ist. Und ich habe da ein paar Zahlen gefunden in Ihrem Buch, da bin ich echt fast zum Stuhl gefallen. Zum Beispiel das Äquivalent zur Bausubstanz von Rom, das wird in China verbaut und zwar alle zwei Wochen. Also China baut alle zwei Wochen einen Rom auf. Und zwar ein heutiges Rom. Ja, und zwischen 2011 und 2013 wurde in China mehr Zement verbraucht, als die USA im 20. Jahrhundert gebraucht haben. Das ist für mich so unvorstellbar. In 15 Jahren hat China so viele Häuser gebaut, wie jetzt in Europa stehen. Und bis 2035 wollen die insgesamt 215 neue Flughäfen bauen. Ich erinnere mich daran, dass in Deutschland ein Flughafen eine große Aufgabe mittlerweile ist. Also wenn wir uns alleine das mal vorstellen, was da für eine Schaffenskraft ist, dann ist das ja ein Bild von dem Drachen auf. Da muss ja der Rest der Welt wirklich Angst haben, wenn man sich das so vorstellt. Das ist natürlich auch nicht immer unter den besten Arbeitsbedingungen. Da sind Arbeitnehmerrechte natürlich oft Fremdwort und so weiter. Das ist eine unglaubliche Power natürlich. Aber deswegen wird China auch im Westen dämonisiert von der westlichen Presse. Oder man versucht das teilweise. Es ist noch so ein bisschen, weil da natürlich eine extreme Konkurrenz hochkommt. Aber mir ist es lieber, eine Konkurrenz kommt auf wirtschaftlichem Wege, auch mit dieser brutalen Kraft, auch neue Seidenstraße, Infrastrukturprojekte, als dass es über Krieg passiert. Und China hat seit dem chinesisch-vietnamesischen Krieg Ende der 70er Jahre keinen Krieg mehr geführt. Das ist also wirklich reine Wirtschaftsdynamik, natürlich auch Wirtschaftsspionage en masse. Die Transrapids, die fahren jetzt in China und China baut jetzt einen in Italien mit unserem Know-how. Das ist natürlich längst diffundiert. Aber da ist auch China nicht alleine. Amerika betreibt genauso brutal Wirtschaftsspionage auch in Deutschland über die Geheimdienste. Das ist kein Geheimnis. Die Großmächte machen sowas. Das ist alles kein nettes Spiel. Das ist Weltpolitik. Aber mir ist natürlich lieber, da ist so ein ökonomischer Powerhaus, was ein Land aus der Armut reißt. Und wenn die westlichen Liberalismus-Apologeten wie Steven Pinker und so weiter sagen, ja, der Globalismus hat so viele Menschen aus der Armut gerissen. Ja, aber in China. Also die Leute, die wirklich aus der Armut entkommen sind, sind ganz überwiegend in China. Und das verschweigen sie dann, diese Befürworter einer globalen, liberalen Weltordnung, die eine sehr kriegerische Weltordnung geworden ist, spätestens seit 9-11. Also ich habe gelesen, dass in China in den letzten 20, 25 Jahren 800 Millionen Menschen aus bitterster Armut befreit worden sind, mehr oder weniger. Dafür sitzen die jetzt aber in einem Zustand, ich will es mal so sagen, schwierig. Ich habe vor kurzem erst eine Dokumentation entdeckt auf einem bekannten deutschen Streaming-Portal, also das auch in Deutschland verfügbar ist. Das nennt sich American Factory. Es geht um eine amerikanische Fabrik, die im Rahmen der Finanzkrise 2008 schließen musste, stark abgebaut, sehr große Probleme hatte und ein chinesischer Milliardär als Investor hat es übernommen. Und jetzt sind dann im ersten Jahr alle glücklich und dann kommen die Chinesen drauf, dass es irgendwie in Amerika ganz anders läuft, weil die haben zwei Tage frei jedes Wochenende und die arbeiten nur acht Stunden und die Chinesen haben zwei Tage frei im Monat und arbeiten zwölf bis sechzehn Stunden. Und wenn es am Wochenende, dass sie frei haben, gebraucht wird, dann kommen die auch rein. Also die Amerikaner gehen dann darüber, schauen sich das an und sind entsetzt und wollen eine Gewerkschaft gründen. Der Chineser sagt, wer eine Gewerkschaft möchte, fliegt raus. Also die chinesischen Zustände werden in der amerikanischen Fabrik eingeführt und die sind natürlich alle ziemlich baff, weil das ist ja auch ein Arbeitssklaven-Dasein, mehr oder weniger. Kommen wir aus der Nummer noch raus? Also ich meine, China mit dieser brachialen Human Capital-Ressource, mit diesem Humankapital, die können ja gar nichts anders machen, wie die Welt übernehmen. Also das können sie ja schon mal nicht, weil das bei weitaus größte Militär der Welt ist immer noch in den USA. Wirtschaftlich, wirtschaftlich. Es gibt im Baumarkt dieses Spiel, finde etwas, was nicht made in China ist. Na gut, aber die alte Weltordnung bricht, da schreibe ich auch in dem Buch drüber, die sogenannte liberale Weltordnung, die ja ziemlich kriegerisch war die letzten 30 Jahre und der Krieg ging von den liberalen Nationen aus, nicht von den bösen Feinden, jedes Mal. Die bricht, also wir werden wahrscheinlich eine Re-Regionalisierung bekommen oder einen chinesischen Block und einen westlichen Block, wo dann Europa an die USA angeschlossen wäre. Das sind so zwei Szenarien, die ich beschreibe. Da wäre mir die Re-Regionalisierung, also westliche Hemosphäre, Europa, Asien lieber, mit Russland und Indien als Unbekannten da. Es wird nicht so bleiben, dass China sämtliche Waren herstellt. Es gibt eine Gegenbewegung zum Globalismus. Donald Trump ist mit innenpolitischen Versprechungen gewählt worden. Make America great again, America first. Was ja alle Präsidenten in Amerika machen, er hat es nur ausgesprochen und er meinte eben, lass uns um unsere Jobs kümmern, lass uns um unsere Infrastruktur kümmern. Jetzt, wo er Präsident ist, merkt er, dass das nicht so einfach ist. Er versucht es redlich, aber es ist nicht so einfach. Also diese globalen Ungleichgewichte, eine Nation exportiert brutal, die andere importiert, das kann eine Zeit lang gut gehen. Das war auch um 1900 rum so. Diese Phasen, die wechseln sich dann ab mit Phasen der Re-Regionalisierung, einer stärkeren Rolle des Staates. Also wir hatten so eine offene Weltordnung um 1900 und Deutschland war der große Exporteur. England war die große Kapitalsammelstelle und dann kamen die Weltkriege und dann hatten wir erst mal, zumindest schon nach dem Ersten Weltkrieg, einen Zusammenbruch dieser globalen Ordnung. Es muss kein Weltkrieg kommen. Es muss nicht auf diese Art enden, aber dass wir eine gewisse Rückführung dieses Globalismus bekommen werden. Die Gegenbewegungen haben wir überall. Trump, wir haben den Brexit, wir haben in Deutschland, Frankreich, Italien, überall haben wir Gegenbewegungen. Und die Chinesen sind ja auch so klug zu sehen, dass sie auf Dauer damit nicht durchkommen und sagen, wir müssen die Binnennachfrage stärken, wir müssen weitere Leute im Wohlstand heben. Also sie wissen das. Und diese Phase mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen, die haben viele Länder durchgemacht. Das war in der Industrialisierung in England vor 200 Jahren nicht viel anders. Es war im Kaiserreich vor 150, 130 Jahren nicht viel anders in Deutschland. Anscheinend muss man durch so eine Phase durch und wenn dann ein hoher Wohlstand da ist, dann geht es wieder besser. Aber diese Zwischenphase ist halt das Gefährliche und da schreibe ich eben drüber. Und das ist auch die Gefahr, dass das eben crashen kann. Ich sehe das ambivalent mit China. Ich sehe die unheimlichen Investitionen, nicht unheimlich die großen Investitionen, die sie gerade in Afrika machen, was den Menschen in Afrika unheimlich zugutekommt. Also Infrastrukturprojekte, Häfen, Züge, Straßen, das ist ja in Afrika mehr denn je nötig. Und auch diese große Investition in die neue Seidenstraße, die Sie im Buch erwähnen, die ist ja auch nicht ohne. Also wenn man da denkt, dass das 1,1 Billionen Dollar sind, die haben jetzt schon 7.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrasse geplant. Das heißt, die Distanz sind dann von Ost nach West statt 7 Tagen nur noch 33 Stunden. Wenn man sich das mal vorstellt, was das bedeutet. Die haben jetzt schon zwei Drittel des globalen Hochgeschwindigkeitsstreckennetzes, gibt es jetzt schon in China. Also ich habe vor kurzem, es gibt auf Arte eine Sendung, die heißt mit offenen Karten. Ganz toll, eigentlich politisch auch viel Spin, aber gute Grafiken. Und die haben gezeigt, wie viele Bahnstrecken die in welchem Zeitraum, gerade um diese großen Industriezentren herum bauen. Das ist unglaublich. Also es ist wirklich, das kann man nicht nachvollziehen, wie das geht. Ich finde, sehr zulastende Arbeiter, aber wenn Sie sagen, das kann vielleicht auch nur eine Übergangsphase sein. Ich finde es nicht so toll, wenn die Menschen das wirklich ausbluten. Das ist also nicht toll, wenn Menschen, gerade Frauen in Fabriken stehen und einmal im Jahr für zwei Tage ihre Kinder sehen. Ich finde das kritisch. Aber zurück zu dieser Bagdad-Bahn. Sehen Sie hier eine Neuauflage von dieser geplanten Strecke von damals, die ja eigentlich Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich und den heutigen Irak verbunden hätte damals? Und gleich weiter die zweite Frage. Was wäre wohl gewesen, wenn diese Bahn damals gekommen wäre und der Erste Weltkrieg sie eigentlich nicht verhindert hätte? Also wenn Sie mit offenen Karten zitieren, ist ja eine französische Sendung, wo französische Professoren so geopolitische Probleme analysieren, machen wir in Deutschland nicht mehr. Die Deutschen haben ja zur Geopolitik ein Nichtverhältnis. Also entweder sind sie völlig übertrieben oder sie verdrängen das komplett. Dass aber Geopolitik, Großmachtpolitik unser Leben radikal immer noch bestimmt, ein Denker, den ich sehr schätze, der Oswald Spengler, hat mal gesagt, der Verzicht auf Weltpolitik schützt nicht vor ihren Folgen. Also wir Deutschen verzichten auf Weltpolitik oder auf Geopolitik. Wir sind ja kein ganz unbedeutendes Land, aber wir kriegen natürlich die Folgen voll ab. Und die Situation, die Parallelen sind in der Tat beängstigend. Also die weitgehend friedliche Landmacht, deutsches Kaiserreich, kaum Kriege in 30 Jahren. Dagegen die Imperialmacht England mit einer Unzahl von Kriegen und Aufständen. Wahnsinnige Produktionsüberschüsse, wahnsinnige Wirtschaftsdynamik im Kaiserreich. Dann jetzt sollte auch noch diese Landverbindung runter in den Irak und den Vorderen Orient gebaut werden. Und dann fielen diese Schüsse in Sarajevo. Die Bahn fuhr ja da lang oder wäre da lang gefahren. Und jetzt, das hätte ein Zusammenwachsen der eurasischen Landmasse oder zumindest mal des Vorderen Orients mit Mitteleuropa gebracht. Was das für ein Wirtschaftsraum gewesen wäre. Ja, und jetzt wieder. Und ich meine, da sind wir dann schnell bei Harold McKinder, der ja von meinem Mitstreiter Willi Wimmer neu herausgegeben wurde im Western Verlag. Also diese alte Geschichte Landmächte, Seemächte. Harold McKinder hat 1904 in einem Vortrag vor der Royal Geographic Society gesagt, wer Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt. Wer Ostmitteleuropa beherrscht, beherrscht Eurasien. Und England ist viel zu klein, also kann England nicht Eurasien beherrschen. Aber wir können die Länder am Rande Eurasiens gegeneinander aufhetzen und in Stellung bringen, sodass die miteinander beschäftigt sind. McKinder ist dafür ein ganz toller Vortrag jetzt auf Deutsch zu erhalten bei, ich glaube, heißt der Schlüssel zur Weltherrschaft im Westend Verlag. Und McKinder ist das nicht gut bekommen. Der Vortrag liest sich super, der war straight und offen und ehrlich. In ein Jahr war das? 1904. Der war straight und offen und ehrlich, dieser Vortrag. Zu ehrlich. Ich meine, er hat im Prinzip das ausgesprochen, was wahrscheinlich geheime oder sowieso jeder wusste in den regierenden Zirkeln. Und das ist ihm nicht gut bekommen. Er wurde dann als deutschfreundlich erstmal zur Seite gestellt und hat keine allzu große Rolle mehr gespielt. Die üblichen Mechanismen, die haben damals schon funktioniert. Ja, nicht ganz so brutal. Er hat schon noch weiter publiziert und so, aber er war raus aus dem Spiel. Und ich bin sehr froh, dass dieser Artikel jetzt oder dieser Aufsatz jetzt auf Deutsch zu erhalten ist. Wir sehen Zeichen der Änderung in China, auch in Bezug auf die Wirtschaftspolitik. Bis dahin war es ja eigentlich so, dass die Chinesen immer gesagt haben, wenn eine Firma ins Land kommt, dann behält China die Oberaufsicht, die Mehrheit der Firmen an Anteile. Mittlerweile ist es anders. BASF baut für 10 Milliarden einen riesigen Chemiekomplex in Guangdong und bleibt zum ersten Mal zu 100 Prozent auch in Hand des All-Investors, also nicht die Chinesen. BMW erhöht seine Anteile im Joint Venture mit einer Autofirma, mit Brilliance China Automotive Holdings. Die gehen von 50 auf 75 Prozent hoch, also nochmal 4,5 Milliarden ungefähr rein in das Ganze. China baut Duisburg aus, den Binnenhafen. Ich wusste gar nicht, dass das der größte Binnenhafen der Welt ist. Also Duisburg, ich kenne immer ja gesagt, da will ich nicht tot über den Zaun hängen, hat man immer gesagt. Aber scheint industrie-technisch wirklich ein wichtiges Zentrum zu werden. Das ist ja auch Anlaufstation der geplanten Seidenstraße, der geplanten Bahn. Wie sehen Sie das, diese ganzen Entwicklungen? Also diese Wirtschaftsmacht, ist das jetzt, ich kann es fast nicht in Worten ausdrücken, versuchen die jetzt, den europäischen Markt zu übernehmen? Oder ist das ein Joint Venture eher, dass die auf gleicher Augenhöhe sich dem Westen annehmen? Es ist ja immer ein Spiel. Also Staaten konkurrieren um Macht. Wer übernimmt wen, wer trickst wen aus, man bildet Allianzen. Menschen sind nun mal in diesem Spiel drin. Es geht um Macht, es geht um Hierarchien, es geht um Einfluss. China hat das schon sehr geschickt gemacht. Jetzt ist man ja auf Augenhöhe und zum Teil schon davor. Jetzt kann man auch ausländische Mehrheitseigentümer zulassen, denn man hat weltwirtschaftlich schon riesen Einfluss. Also zum Beispiel das Grounding der 737, die vor einem Jahr oder so, als da diese Flugzeuge abgestürzt sind. China hat sofort gesagt, Stopp, alles auf den Boden. War natürlich eine Riesenkatastrophe vor Boeing. Dazu brauchen sie aber Macht. Deutschland hätte sowas nie gemacht, weil dann der amerikanische Botschafter gekommen wäre und sagt, das macht aber bitte nicht. Das andere war, wie China dem Bitcoin-Fieber teilweise den Boden entzogen hat vor zwei Jahren. Und das Mining verboten hat, beziehungsweise auch die Handelsplätze stark eingeschränkt hat. Gerade als dieses Bitcoin-Fieber in den Hyperdrive gehen sollte, als also auch Derivate in Chicago auf Kryptowährungen an der Terminbörse erlaubt wurden, hat China gesagt, wir verbieten hier einen Großteil. Weil, also das ist, das Land steht mittlerweile sicher genug da, um so in die Regeln einzugreifen, die ja bislang mehr oder weniger unilateral von Amerika bestimmt wurden. Amerika hat die Regeln gesetzt, hat gesagt, was gut ist, was schlecht ist. Das geht bei den Autoherstellern weiter. Also, wenn die USA, nur mal ein Beispiel, wie die Regeln gesetzt werden, wie auch da wirklich wirtschaftlicher Einfluss genommen wird, wenn die sagen, die Emissionsstandards, die amerikanischen sind nicht eingehalten, ja, die Amerikaner haben kaum Dieselfahrzeuge in ihren Firmen, dann macht man niedrigere Emissionsstandards als in Europa, wobei Europa ja eigentlich die strengeren sind. Aber das ist ganz klar, wirtschaftspolitische Einflussnahme und die amerikanischen LKWs, die Diesel-LKWs brutale Dreckschleudern dürfen, mit Sondergenehmigung weiterfahren. So greift Amerika schon lange vor Trump sehr massiv in den Wirtschaftskreislauf, in den internationalen Handel ein. Auch das Komitee, was es da gibt zur Bestimmung, ob die Übernahme von Firmen im amerikanischen Interesse ist. Also, Großmächte machen das. Selbst Frankreich macht es, England macht es, Deutschland macht es nicht. Deutschland haut dann immer noch eins auf die eigenen Konzerne drauf. Zurück zur neuen Seitenstraße, natürlich will China Einfluss nehmen. Natürlich ist das an sich Positionieren und wir müssen sehen, wo das ausgeht. Ich persönlich meine, dass wir als Deutsche gut beraten sind, zu sehen, was sind deutsche Interessen und das differenziert betrachten und nicht sagen, mit Amerika gegen China oder mit China gegen Amerika oder mit Amerika gegen Russland, wo wir uns ja haben hinein zwingen lassen. Sondern, dass wir sagen, was sind denn deutsche Interessen und will man Huawei blockieren oder nicht? Meiner Meinung nach nein. Denn im Moment ist Deutschland datenmäßig völlig unsouverän, abhängig und dann bin ich lieber von zwei oder drei abhängig als von einem. Dasselbe mit Erdgas und Erdöl. Es wäre doch fürchterlich für Deutschland, wenn wir nur von saudischem und kuwaitischem und bachrheinischem und Golföl und Gas abhängig wären und nicht einen zweiten Lieferanten hätten. Das wäre doch für Deutschland sicherheitskatastrophal. Also Nord Stream, Deutschland sicherheit schreit geradezu nach Nord Stream 2, damit wir uns etwas diversifizieren und selber noch handlungsfähig sind. Also über China könnten wir jetzt noch eine Stunde weitersprechen. Das nimmt wirklich einen sehr großen Teil ein in Ihrem Buch. Ich würde gerne dann, wir haben hier gerade eine Brücke gebaut, zu einem anderen großen Konfliktthema kommen, nämlich Ukraine, Russland oder vielmehr auch der Spaltpilz, der eben zwischen dem Westen und Russland reingetrieben wird. Ich habe erstaunlicherweise ein Zitat gefunden in Ihrem Buch von Henry Kissinger und der hat 2014 in der Washington Post einen Kommentar geschrieben und der hat den Konflikt mit, der hat davor gewarnt, dass wir also diesen Konflikt in der Ukraine nicht als Showdown darstellen sollten. Er ist dafür eingetreten, die Ukraine als Brücke zu Russland zu sehen. Das hat mich doch sehr überrascht von diesem alten Haudegen, dass der quasi ein Plädoyer für die Zusammenkunft bringt. Zitat von Kissinger, die Dämonisierung von Wladimir Putin ist keine politische Strategie des Westens, sie ist ein Alibi für die Abwesenheit einer überlegten Politik. Das fand ich sehr erstaunlich. Und ins gleiche Horn bläst sogar noch der größte Russengegner schlechthin, Spikniew Brzezinski, der hat noch ein Jahr vor seinem Tod, 2016, also er ist ja 17 gestorben, hat er noch gesagt, dass man Russland einen angemessenen Platz in Europa zugestehen müsse. Das waren jetzt natürlich zwei Aussagen, wo ich gedacht habe, diese zwei Hardliner machen eigentlich genau das Gegenteil von den Falken, von den Neokons, die ja eigentlich den Ton angeben. Wie erklären Sie sich, dass diese beiden Herrschaften, die ja seit Jahrzehnten in der Politik mitmischen, sich eher versöhnlich gegenüber Russland ausgesprochen haben? Können wir ganz lang darüber sprechen. Mit Kissinger habe ich mich lange befasst. Ich habe sogar mal seine Bachelorarbeit in Harvard eingesehen, die unter Verschluss liegt. Also man darf sie einsehen, man darf sich Notizen machen, man darf nichts kopieren. Es sind auch ein paar Tippfehler drin und so weiter. Er war, man hat es geschrieben, Anfang der 50er Jahre, so 54, 52 rum, über Kant, Toynbee und Spengler, also über Geschichtsphilosophie. Man merkt noch so ein bisschen, dass er aus Deutschland kam, aber er war jetzt zwischendurch schon wieder in Deutschland gewesen, als Geheimdienst, als Militär und später dann sogar als Nachrichtenoffizier. Also Kissinger und Brzezinski waren Rivalen. Kissinger ein absoluter Zyniker der Macht, der auch kein Problem damit hatte, Kambodscha zu bombardieren oder den Putsch gegen Salvador Allende zu unterstützen, weil das Volk eine nicht genehme Regierung gewählt hatte. Also mit CIA und so war er ein Zyniker. Aber ein Realist, insofern, dass er gesagt hat, die Mächte agieren, wir brauchen einen gewissen Ausgleich zwischen den Mächten oder wir brauchen nicht den absoluten Krieg, den ideologischen, sondern wir sind Zyniker, wir sind Machtpolitiker, aber wir wollen, dass alles halbwegs in geregeltem Rahmen abläuft. Und er suchte ja auch den Ausgleich mit China damals, das war ja sein und nixens Großtat, also China zu öffnen oder die Beziehung wieder zu etablieren. Und er sagt, wir haben fünf Machtblöcke auf der Welt, die müssen irgendwie koexistieren. Brzezinski war ganz starker Russland-Hasser, also als Apole und war also da eigentlich immer ganz klar, während Kissinger durchaus auf der Ebene der Machtpolitik eine Verständigung mit Russland hatte. Und deswegen überrascht das, was Kissinger schreibt, nicht ganz so, was Brzezinski dann schreibt schon sehr. Also Kissinger hat eben die Qualitäten, die staatsmännischen, auch die politischen Qualitäten Putins gesehen, hat gesagt, Dämonisierung eines Landes ist Propagandastrategie, das kann zu nichts Gutem führen, wir sollten eher eine nüchterne Politik machen, des Ausgleichs und schauen, wie wir da hinkommen. Und er hat ja auch damals geschrieben, man solle Putin nicht unterschätzen. Dass Brzezinski, das ist mir auch erst in den Recherchen zu diesem Buch dann untergekommen, das andere kannte ich schon länger, dass selbst Brzezinski kurz vor seinem Tode anscheinend eine Kehrtwende macht und sagt, weg von diesem ideologischen, propagandistischen, teilweise verrückten Konfrontationskurs mit Russland, hin zu einem legitimen Interessenausgleich, das hat mich dann doch sehr überrascht. Aber vielleicht ist er kurz vor seinem Tode noch da zur Erkenntnis gekommen. Und letztlich ist es ja schon so, dass, es ist ja auch ein bisschen die Linie von Trump und Steve Bannon gewesen, von diesen Aussöhnungen mit Russland, das hat man ihm zerschossen über General Flynn, der dann abtreten musste, um die Kräfte auf China zu konzentrieren. Ob das so richtig ist, weiß ich auch nicht. Aber also auch das war ja die Linie der jetzigen Regierung. Dann kam ja dieses Russiagate ziemlich schnell, eigentlich schon vor der Wahl in gewisser Weise. Also ich natürlich würde mich riesig freuen, ich bin ja auch amerikanischer Staatsbürger seit 2005, habe lange in dem Land gelebt, würde mich riesig freuen, wenn wir endlich einen Ausgleich mit Russland hinkriegen und eine Annäherung. Ja, die Ukraine kann man völkerrechtlich differenziert sehen. Da waren sicherlich Dinge dabei, die völkerrechtlich nicht in Ordnung waren, aber es wurde dann legitimiert. Sie meinen, es ist die Krim? Ja, die Krim, die Krim übernahm oder dann Anschluss der Krim mittels Referendum. Aber das verblasst im Vergleich zu den Völkerrechtsbrüchen, die der Westen begangen hat. Also das ist gar kein Vergleich von der Größenordnung her. Ich habe gerade kurz die Neocons angesprochen, dass die ja eigentlich die maßgebliche Politik in Amerika bestimmt haben, die letzten 20 Jahre. Also Wolfowitz, Rumsfeld, Kagan, Pearl, Kaplan, Burnett, das sind ja die bekanntesten von denen, die im Vorfeld von 9-11 schon in dem Project for New American Century eigentlich eine neue Weltordnung postuliert haben. Die haben auch das neue Pearl Harbor herbeigesehnt, mehr oder weniger. Wir machen jetzt das Fast 9-11 nicht auf, das würde uns zu weit führen. Aber ich muss sagen, durch Daniele Ganser und so weiter, ich habe das ja auch immer abgetan, bin ich für mich zumindest zu der Erkenntnis gekommen, man muss da ganz, ganz scharf drüber nachdenken. Da können wir jetzt auch den Deckel lassen, aber seit drei, vier Jahren bin ich also auch der Auffassung, dass da noch viel aufzuklären ist. Es gibt ein berühmtes Interview von General Wesley Clark, der war NATO-Oberbefehlshaber in, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Gebiet, der war auf jeden Fall, er war bei Democracy Now in Europa. Der war bei Democracy Now bei der Moderatorin Amy Goodman gesessen und hat, ich glaube es war 2007 oder so, ein paar Jahre, sieben oder acht, hat er ein berühmtes Interview gegeben, wo er eben einen Plan skizziert hatte, den Amerika hatte, kurz nach dem 11. September, dass die innerhalb von wenigen Jahren, innerhalb von sieben Jahren, fünf Staaten stürzen werden. Das haben wir ja dann gesehen im Nachfeld des 9-11, also mit Syrien, Libyen, Afghanistan, Irak und so weiter, das ist ja alles da passiert. Glauben Sie, dass diese Politik jetzt zu einem gewissen Stopp gekommen ist? Weil wenn wir uns Syrien anschauen, hat es nicht funktioniert. Im Irak und Afghanistan ist mehr oder weniger auch das totale Chaos, ganz aktuell in der Washington Post, ein Artikel, der 400 Zeugenaussagen gebracht hat, die alle ein desaströses Zeugnis ausgestellt haben, der amerikanischen Regierung, dass also keiner einen Plan hat, was in Afghanistan passiert, der längste Krieg, den die Amerikaner je führen. Glauben Sie, dass diese geopolitisch harte Politik, also diese wirkliche Regime-Change, die in den letzten 15 Jahren durchgezogen haben, dass das jetzt ein Ende genommen hat? Also wir sind in der Übergangsphase, ganz heikel. Entweder schaffen es die Kriegstreiber jetzt irgendwo einen größeren Konflikt zu provozieren. Was ja mit Iran ständig versucht wird. Ich bin, da ist ja Trump dann auch auf der Seite der Kriegerischen. Ansonsten ist er eher auf der Seite derjenigen, die einen Krieg... Wobei selbst Trump hat im Sommer, als da diese unbemannte amerikanische Drohne abgeschossen wurde, strittig, ob über internationalen Gewässern oder ob über iranischen Gewässern, da streitet man sich drum, war ja das Bombardement mit circa 200 geplanten Toten angeordnet. Und Trump hat es 20 Minuten vor Beginn abgeblasen. Es sei unverhältnismäßig. Also der dann geschasste Sicherheitsberater, der, wie hieß er noch gleich, der vierte, das wechselt da so schnell. Also der hat er ja dann geschasst, weil er gesagt hat, wenn es nach ihm ginge, hätte ich schon viermal Krieg angefangen. War das nicht Bolton? Bolton, John Bolton. Erst hat er ihn amüsiert, weil er immer natürlich als Falke da und hat das amüsant gefunden. Irgendwann war es ihm aber zu viel, weil Trump eben ein Friedenspräsident im Herzen ist mit dem Risiko Iran. Also diese Kriegsstrategie stößt an ihre Grenzen. Ich habe zwei-, dreimal ganz, ganz tief Luft geholt, wenn man weiß, wie Weltpolitik läuft. Ich habe Riesenangst gehabt bei dem Abschuss von MH317. Ich habe Riesenangst gehabt, nochmal kurz danach, bei dem Abschuss des russischen Jets über Syrien, Türkei und so weiter. Diese beiden Situationen sind Gott sei Dank an uns vorbeigegangen. Dieser Drohnenangriff auf die saudischen Produktionsanlagen und auch den Abschuss dieser unbemannten Drohne, da war ich schon etwas entspannter, weil sich die Gewichte schon verschoben haben. Also es gibt immer noch diese Vorfälle. Jeder davon kann entgleisen zu einem großen Krieg. Wir wissen das nicht. Syrien ist eine Grenze dieser Strategie. Wesley Clark hat ja gesagt, sein Gesprächspartner hat ihm gesagt, well, we don't know how to fight governments, but we know how to take down terrorists. Also wir wissen nicht, wie wir Terroristen bekämpfen, aber wir können Regierungen ausschalten und platt machen. Also machen wir das. Weil jedes Problem, wenn man einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Dieser Wesley Clark war ja dann später nicht nur Oberbefehlshaber gewesen, er war auch Präsidentschaftskandidat der Demokraten, also ein kluger Mann. Man hört jetzt nicht mehr so viel von ihm. Wobei, wenn man ganz zynisch denkt, ist die Destabilisierung Nordafrikas durchaus im Interesse der Kriegseliten. Also ein destabilisiertes Nordafrika schwächt Europa, ein schwaches Europa lässt sich leichter beherrschen. Migration war schon immer ein politisches Instrument von Imperien. Es gibt ein gutes Buch von Kelly Greenhill, Boston University, die Weapons of Mass Migration geschrieben hat. Sind Sie sich sicher, dass die an der Boston war? Nicht ganz, aber ich weiß nicht. Das Buch ist an der Cornell University Press erschienen. Und das ist auf jeden Fall eine Ivy League, also es gehört zur obersten Kategorie der amerikanischen Universitäten. Da ist es also in einem respektablen akademischen Verlag erschienen. In Deutschland hat sich nur Cobb getraut, es zu veröffentlichen. Allein darum schon muss Cobb eine Medaille kriegen, auch deswegen, weil er Brzezinski veröffentlicht hat. Er kann von mir aus auch andere Dinge machen, wo ich skeptischer bin, macht nur Wieso ja auch. Aber allein für diese Aufklärungsarbeit gebührt ihm eigentlich das Bundesverdienstkreuz am Bande mit allem drum und dran. Also dieses Buch von Kelly Greenhill, das wird bei uns nicht gern gehört, dass man das Mittel der Migration strategisch einsetzt. Das ist natürlich eine Sache, die ist in unserer Denke komplett anders. Aber es gibt genügend Probleme auf dieser Welt, die wirklich sich entzünden könnten. Also wir haben hier Ost-West, dieses ständige Russen-Bashing, wir sehen es mit Ukraine-Gate, mit Russia-Gate, seit Clinton die Wahl verloren hat, sind die im Hyperventilationsmodus. Hyperventilation, Wahnsinn. Ja, dieser Wirtschaftskrieg mit China, der quasi eskalieren könnte. Also es gibt genügend Möglichkeiten, dass da, wenn der falsche Funke zur falschen Zeit irgendwo hinkommt, könnte es wirklich crashen. Ich würde gerne aber auch zu uns gucken, so der große Crash, wie er sich in unserem Land vor unseren Augen abspielt. Es ist eine Zeit gekommen, wo viele Menschen merken, dass sie keine gute Zukunft mehr haben werden. Also sprich, wenn es so weitergeht wie bisher, steigen noch mehr Menschen aus der Mittelschicht ab. Die Aussicht auf ein wirklich würdevolles Leben, wie wir es gewohnt waren, ein Vater, die Mutter zu Hause mit den Kindern, man kann sich ein Haus bauen. Das ist schwierig. Gleichzeitig gibt es die Herrschaft von einer Finanzoligarchie. Jeder Vierte lebt mittlerweile in einem prekären Arbeitsverhältnis. Da habe ich neulich erstmal nachgeschaut, was prekär eigentlich heißt. Prekär bedeutet, man weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Man hat also keine Möglichkeit, seine Verhältnisse zu verbessern. Im Gegenteil, es wird eigentlich immer schlimmer. Ständig auf der Kippe. Genau. Wo sehen Sie denn den Hauptgrund für den Abstieg der Mittelschicht bei uns? Boah, das muss ich, also ich schreibe ja auch umfassend im Buch drüber. Ich weiß, es sind 200 Seiten, wo sich die Frage jetzt kompensiert. Also wir machen natürlich tatsächlich eine Politik für die Reichen und die Superreichen. Und das ist so ein bisschen das englisch-amerikanische Gesellschaftsmodell der letzten paar hundert Jahre sowieso gewesen. Mit Ausnahme dann seit Franklin Delano Roosevelt, der auch seine Schattenseiten hat. Und dann Johnson Great Society, also erst in den 30ern mit dem New Deal, wurde da was dran verändert in den USA. Zumindest was dieses Arbeitnehmerrechte und Status der Arbeitnehmer anging. Da waren wir in Deutschland anders. Wir hatten ein solidarisches Gesellschaftsmodell. Wir waren die Ersten, die Krankenversicherung hatten, Unfallversicherung, Altersversicherung schon unter Bismarck. Da waren wir Pioniere. Führend, also nicht nur in Wissenschaft und Technik, sondern auch im Sozialen, wirklich klasse. Also zwar Leistung, aber auch Solidarität. Das war eigentlich unser Gesellschaftsmodell. Während im ungebremsten Liberalismus es ja heißt jeder für sich. Das ist ja auch so ein bisschen die, der Liberalismus in seiner negativen Form ist ja auch Ideologie der globalen Eliten. Da passt Migration rein, da passt alles Mögliche rein. Also wir haben eine Ausbreitung dieser Art von globalem Finanzkapitalismus, Liberalismus. Sie sprachen eben von Finanzoligarchie. Das ist natürlich ein ganz böses Wort. Da wird man gleich in bestimmte Ecken gestellt. Ich rede da seit acht oder neun Jahren von und ich zitiere dann gerne Louis Brandeis, den wohl bekanntesten amerikanischen Verfassungsrichter. Louis Brandeis hat das Recht auf Privatsphäre entwickelt. Er hat ab seinem 40. Lebensjahr nur noch Fälle in öffentlichem Interesse angenommen, also nicht mehr für Geld und war dann ganz lange Präsident des Verfassungsgerichts, also des Supreme Courts. Eine Universität ist nach ihm benannt, Brandeis University. Brandeis war Jude, wie man aus Louis, also auf jeden Fall von dem stammt das Wort Finanzoligarchie. 1912, unsere Finanzoligarchie beherrscht das Land und hat Woodrow Wilson beraten, wie man also da zu mehr Demokratie kommen könne. Also er hat das Wort Finanzoligarchie geprägt. Ich habe das mal in das Geld der anderen auf eine Aufsatzsammlung von Brandeis herausgegeben. Und es sind in der Tat die Finanzvermögen, die eine unglaubliche Macht ausüben und für die wir Politik machen. Zum Teil natürlich auch Vermögen, die über Finanzmanipulationen, Tricksereien, IPOs erworben wurden, wie das der Samvers in Deutschland, die jetzt aber verstärkt in die Real Economy gehen und in großem Stil Immobilien aufkaufen. Also dieser Kapitalismus, jedes Geschäft ist gut, wenn es Rendite bringt, ich für mich, du für dich. Dieser Spirit, der böse Spirit, der schlechte Spirit, der breitet sich aus, der hat die Konzerne erfasst. Deutsche Manager haben früher anders getickt. Gleichzeitig haben wir eine Gesetzgebung, die die Reichen extrem bevorzugt. Also wenn ich mit Liberalen, mit Professorenkollegen spreche, dann steigen die hier aus. Weil ich auch für mich, ich habe mal für mehr Steuern auf mein Einkommen plädiert, auf meins wohlgemerkt, nicht auf das der Mittelschicht. Der normale Arbeitnehmer hat ab 30.000, 40.000 Euro Spitzenbelastung. Ja, wo gibt es denn das? Was sind denn 30.000, 40.000 Euro? Das ist nichts. Und da habe ich dann 44 Prozent Spitzenbelastung inklusive Sozialversicherungsbeiträge. Also die untere Mittelschicht wird geschröpft ohne Ende und oben zahlt man 28 Prozent Kapitalertragssteuer. Also ein völlig unfaires Steuersystem. Da geht es schon los. Und die bei der SPD, die kapieren das gar nicht. Und jetzt machen sie eine völlig irrsinnige Finanztransaktionssteuer. Ich habe mich für die Finanztransaktionssteuer ausgesprochen mehrfach als Fondsmanager, als jemand, der insgesamt in seinem Unternehmen ungefähr eine Milliarde betreut. Aber mich stört die Finanztransaktionssteuer nicht, weil ich das Vermögen alle ein, zwei, drei Jahre höchstens drehe. Manchmal auch nur alle vier Jahre. Also ich gehe da mit Augenmaß ran. Ich investiere gerne langfristig. Die Leute, die schnell drehen, da trifft natürlich die Steuer jedes Mal. So, und jetzt hat Scholz eine Finanztransaktionssteuer gemacht, die wieder nur die Aktienbesitzer trifft. Und das sind die guten eigentlich, die relativ guten. Derivate und das ganze Teufelszeug ausblendet. Die soll das eigentlich treffen. Könnte man lange darüber reden, weil Derivate, also eine allgemeine Finanztransaktionssteuer, die Finanztransaktionssteuer ist proportional zur Umschlagsgeschwindigkeit des Vermögens, bestraft also diejenigen, die schnell drehen und spekulieren, und ist proportional zum Hebel, also zum Fremdkapital, was ich einsetze, zum Beispiel bei Derivaten. Also die richtig gemachte Finanztransaktionssteuer drängt die Spekulation zurück. Und jetzt machen wir eine, die wieder die langfristigen Aktiensparer, die Aktieninvestoren bestraft und die Spekulanten gar nicht berücksichtigt. Fürchterlich. Also wir haben, dann geht es weiter mit der ganzen Überwachungsbürokratie, die natürlich die Mittelschicht trifft. Man muss immer mehr beachten, die Manager müssen immer mehr beachten. Die wirklich reichen, haben das Problem nicht. Da machen das die Family Offices, da machen das irgendwelche Vermögensverwaltungsgesellschaften. Die sind raus. Also insofern kriegen wir auch juristisch, wir haben eine Zweiklassengesellschaft, diejenigen, die zumindest teilweise außerhalb des Gesetzes stehen, weil sie Erfüllungsgehilfen damit beauftragen können, die auf alles achten müssen und alle anderen. Es geht weiter mit der systematischen Zerstörung öffentlicher Infrastruktur beziehungsweise Vernachlässigung. Also wenn die öffentliche Sicherheit erodiert, wenn Polizei unterfinanziert ist, wenn Krankenhäuser unterfinanziert sind, Wenn die Renten unterfinanziert sind, dann trifft das natürlich die Mittelschicht. Wer wirklich Geld hat, der kann zur Not auch sich in ein geschlossenes Ghetto zurückziehen. Gated Community nennt man das. Schon vor über 20 Jahren sprachen Harald Schumann und Hans-Peter Martin in die Globalisierungsfalle. Das sind eher linke Kritiker der Globalisierung. Globalisierungskritik ist ja auch eigentlich links, aber ich sehe mich ja auch als Globalisierungskritiker zumindest, was hier passiert. Sie sprachen davon, von einer Brasilianisierung des Westens, also die Reichen ziehen sich zurück. Das war auch nicht das deutsche Modell. Der Unternehmer war natürlich in seinem Ort mittendrin, hatte keine eigene Security. Die Polizei funktionierte. Da müssen wir wieder hin. All das verstört ja die Lebensgrundlagen der Mittelschicht. Und die Mittelschicht wiederum ist die Basis der Demokratie. Ja, und wenn diese Basis zerbricht, also sprich die Mittelschicht als Rückgrat der Demokratie, dann ist die Demokratie insgesamt gefährdet. Es ist ja so, dass Menschen, wenn sie mit einer normalen Arbeit die Familie nicht mehr ernähren können und keine langfristige Planung für das Alter machen können, dann erodiert natürlich auch das gesamte Vertrauen in das System. Das kommt zu Übergriffen auf das System selber. Wir erleben in den letzten Jahren massive Angriffe gegenüber Polizei und Einsatzkräften bei Unfällen zum Beispiel. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Migranten und irgendwelchen Geschichten, sondern dass Deutsche selber sich gegen Feuerwehr und Sanitäter auflehnen. Das ist ein Zeichen, so haben Sie es zumindest geschrieben, dafür, dass das Vertrauen in das System an sich erodiert. Ja, richtig. Wir hatten in Deutschland eine Vertrauenskultur, das hat uns nicht immer gut getan. Also wir haben auch manchmal den Falschen vertraut, was zur Katastrophe führt. Aber jedes hat seine Licht- und Schattenseiten. Aber diese Vertrauenskultur hat natürlich dazu geführt, dass wir eine unglaublich gut funktionierende Gesellschaft hatten im Großen und Ganzen. Das hatten in dieser Form, hatte England nicht, das hatte Frankreich nicht, in der Form, das hatte Amerika nicht. Aber wie gesagt, es hat Licht- und Schattenseiten. Wenn wir das Thema Rente anschauen, dann ist es natürlich ein Thema, wo alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also das Risiko der Altersarmut in Deutschland ist erstaunlicherweise größer als in Griechenland, Portugal, Italien, Spanien, Polen, Ungarn und so weiter. Ich hätte es nicht gedacht, Deutschland gehört laut der EU-Kommission dazu den Schlusslichtern. Die werden sich natürlich noch ziemlich verschlimmern, diese Probleme. Aber ich habe ein paar Zahlen nur. Laut einer Untersuchung der EZB aus 2013 bildet Deutschland beim durchschnittlichen Haushaltsvermögen das Schlusslicht in Europa. 51.400 Euro. Haushaltsvermögen in Europa sind ein paar andere Zahlen. Belgien hat 200.000, Spanien 180.000, Italien 170.000 und Griechenland, die armen Griechen, 100.000 Haushaltsvermögen. Wie kann denn das sein, dass das ach so reiche Deutschland, das ja immer als Wirtschaftsdampfer schlechthin dargestellt wird, dass wir da so abstinken? Also die Griechen und die Franzosen haben doppelt so viel, die Italiener und Spanier dreieinhalbmal so viel wie die Deutschen. Median Haushaltsvermögen. Median ist nicht ganz der Durchschnitt. Also Median ist der Betrag, wo die Hälfte der Haushalte weniger hat und die andere Hälfte mehr hat. Das ist eine andere Art Durchschnitt, die das besser misst, die Spreizung. Aber man kann es schon als Durchschnitt auch sehen. Wir Deutschen investieren halt unglaublich blöd. Das sagte auch der Daniel Stelter in das Märchen vom reichen Land, ein Kollege, den ich sehr schätze, der das mal ausgerechnet hat auch. Also wir legen unser Geld in Lebensversicherungen an, auf dem Konto, wenn wir was haben. Das wird alles weniger. Wir vermeiden Aktien, wir vermeiden Sachwerte. Finden wir Risikoscheu, oder? Ja, ja, das ist natürlich diese Risikoscheu. Wir haben es auch nicht gebraucht, weil wir eben funktionierende Altersvorsorge hatten. Und in gewisser Weise ist das ja auch in Ordnung. Also was soll der Lehrer, was soll der Handwerker, warum sollen die irgendwie privat Aktiensparpläne machen, wenn sie in eine staatliche Rentenversicherung einzahlen, wenn die gut arbeitet, wenn die Wirtschaft insgesamt sich gut entwickelt. Also ich muss ja nicht jeden auch noch zum Kapitalmarktexperten ausbilden, was ja quasi das Credo der Neoliberalen ist, schafft doch. Also ich bin ja Praktiker am Kapitalmarkt, wir verwalten über eine Milliarde. Also verdammt schwerer Job, da muss man sich schon ganz gute Gedanken machen. Und besser ist es doch, eine gesicherte staatliche Altersvorsorge zumindest bis zu einem gewissen Grade zu haben, wenn die ordentlich gemacht ist. Das fällt jetzt alles weg. Wir sehen ja das Desaster mit Riester und so weiter. Also die Deutschen selber investieren aufgrund ihrer fehlenden Kenntnis, aufgrund ihrer Risikoscheu sehr schlecht. Ich bin seit 20 Jahren in Sachen Aktien auch unterwegs und ich habe da noch keine nennenswerten, leider Effekte meiner Vortragstätigkeit gesehen, zumindest nicht in Breiten. Es kommen immer wieder Leute, die sagen, ja, ich möchte das jetzt richtig machen, das freut mich auch, aber im Land habe ich also eher das Gefühl, dass man noch weiter weg ist von sinnvoller Kapitalanlage denn je. Und dann geht es ja weiter mit Deutschland selber. Also Amerika hat Riesendefizite, aber amerikanische Firmen nehmen Fremdkapital, also leihen sich Geld auch von Deutschland, um deutsche Unternehmen zu kaufen. Also jetzt haben wir Deutschen eine Geldforderung gegen ausländische, wen auch immer, Firmen, also eine Forderung auf Rückzahlung von Beträgen mit Zinsen, die ausländischen Firmen haben die deutschen Unternehmen. 60, 70 Prozent der DAX-Arbeiter arbeiten mittlerweile für fremdes Kapital, größtenteils für amerikanisches, da sind ja auch Leute wie Friedrich Merz, der den Ausverkauf der deutschen Wirtschaft sehr mitbefördert. BlackRock? Ja, ja, BlackRock, gigantische Kapitalsammelstelle mit über 5 bis 6 Billionen mittlerweile. Also 6.000 Milliarden Dollar. Weit mehr als die deutsche Jahreswirtschaftsleistung. Und dann geht es weiter. Wir leihen Südeuropa über die Tage zwei Salden, mehrere Billionen, also kommen bald auf zwei Billionen zu, da kriegen wir auch kaum Zinsen für. Also ja, die Deutschen erwirtschaften mit ihren Außenwirtschaftsüberschüssen Kapital, das legen sie aber extrem blöd an, sodass es verpufft. Und mittlerweile sogar ein Ökonom aus Bonn, ich komme gerade nicht auf den Namen, ganz aktuell hat beim IFO-Institut in München einen Vortrag gehalten, wie dumm wir sind. Der Spiegel hat vor drei Jahren schon geschrieben, der deutsche Sparer ist ein Narr, er spart sich arm. Also verrückt, was hier läuft. Ich habe zehn Fragen, die gleichzeitig durchdrängen. Ich versuche sie mal zu ordnen. Sie haben vorhin, wir haben kurz über die Finanzoligarchie gesprochen. Sie beschreiben das als eine neue Klasse von Superreichen, so ein transnationaler Adel, der da entstanden ist. Wie gesagt, kaum Steuern, jenseits von Recht und Gesetz agieren die. Eine Studie der ETH Zürich, also der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich, hat festgestellt, dass es ein Konglomerat von 147 Finanzkonzernen ist, das mit wechselseitigen Beziehungen mehr oder weniger die ganze Welt unter sich aufteilt. Wie kann man denn so einen monströsen Apparat überhaupt jemals zerschlagen? Ach, das geht schon. Also es ist die Frage nach politischem Willen. Ich meine, die Chinesen haben ihr eigenes Ding gemacht und sind damit ganz gut gefahren. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass es vielen Arbeitern noch schlecht geht, dass da die Bedingungen zum Teil mies sind. Das wollen wir gar nicht verheimlichen, dass Privatsphäre und das Justiz und so weiter, dass es da viele, viele Probleme gibt. Aber wenn ich Wettbewerb zwischen den Staaten habe, ich habe ja im Westen, im sogenannten Westen, eine ganz klare Hierarchie. Also die Starken, da sind wir bei Tugitidis, machen, was sie wollen, die Schwachen leiden, was sie müssen. Also bislang hat Amerika im Prinzip unilateral agiert, man hat das aber als Multilateralismus verkauft. Und Obama und so weiter. Und auch davor. Jetzt sagt Trump, America first und wir machen unser eigenes Ding, die anderen sollen auch ihr eigenes Ding machen. Das ist ja gar nicht im Sinne der transnationalen Eliten, die lieber dieses alte Bild weiter gepusht hätten. Also wenn wir in gewisser Weise wieder mehr auf nationale Souveränität achten würden, wenn wir auch Kapitalverkehrskontrollen machen würden, warum denn nicht? Also das ist immer so, dieser transnationale Globalismus verkauft sich so, jeder Schritt zurück wäre ein Schritt in die Katastrophe. Nein, warum denn? Also wenn das aus Balance geraten ist, dann muss man über neue Ansätze nachdenken. Also ich denke, ein Stück Rückgewinnung nationaler Souveränität würde da ohne weiteres helfen. Und wenn sich ein Land einig ist mit relativ großer Wirtschaftskraft wie Deutschland, auch wie Frankreich, die das durchaus noch stärker machen, da kann man da schon was machen. Es klappt nicht immer, als Mitterrand das, als Sozialist probierte, Anfang der 80er, da stürzte die Wirtschaft ein, Kapital wurde abgezogen und Frankreich stand ökonomisch ziemlich mit dem Rücken zur Wand, also Mitterrand hat das schnell aufgegeben. Aber England macht es jetzt vor, Ungarn macht es in gewisser Weise vor, also man kann da schon was machen. Und es ist ja auch keine Katastrophe, wenn man sagt, diese Exzesse des globalen Finanzkapitalismus gehören eingebremst. Und dazu brauche ich funktionierende Nationalstaaten. Nationalstaaten sind der Hort der Demokratie. Oder wie Sarah Wagenknecht sagt, Sozialstaaten kann es nur in Nationalstaaten geben, schreibt sie in Reichtum ohne Gier. Und die Globalisten sagen natürlich, also jeder Schritt, jedes Kratzen an diesem Theoriegebilde führt in die Katastrophe. Im Gegenteil, wir brauchen Maß und Mitte, wir brauchen Fesseln für den globalen Finanzkapitalismus, dass wir überhaupt noch als Gesellschaften funktionieren können. Und das, was da als offizieller Ideologie im Raum steht, ich habe sein Buch zitiert, erinnert mich ein bisschen an Erich Honecker. Mit seiner Rede auf dem 40. Jahrestag der Oktoberrevolution im Oktober 1989. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Und so ist im Moment für mich die Situation des globalen Finanzkapitalismus. Und mit England... Wie ist denn in der Zeit des Spätkapitalismus angekommen? Ach ja, ich weiß nicht. Dass die zukünftigen Historiker das irgendwann mal so bezeichnet werden. Ja, jetzt kommen wir in ganz, ganz weite Gefilde. Also John Gray, ein Professor für Ideengeschichte an der London School of Economics, hat tolle Bücher geschrieben, auch zum Teil erschreckende Bücher. Er sagt, der Kapitalismus kommt nicht an sein Ende, der verändert es an sein Gesicht. Die Chinesen machen halt eine andere Art von Kapitalismus. Wir Deutschen hatten unseren eigenen Kapitalismus, unsere soziale Marktwirtschaft. Und das war aus meiner Sicht wesentlich sympathischer als das, was wir jetzt haben. Und in vielen meiner Bücher versuche ich daran zu erinnern, wie unsere Gesellschaft mal funktioniert hat. Das war so schlecht nicht in der sozialen Marktwirtschaft. Das Wissen müssen wir erhalten. Das müssen wir unter Umständen auch reaktivieren. Und daran arbeite ich natürlich. Ich sehe in diesem Hyperkapitalismus dann doch ein Problem, vor allem, wenn ich die Zahlen aus Ihrem Buch raushole. Die Hilfsorganisation Oxfam, die hat 2014 eine Studie gemacht mit dem Titel Working for the Few, also für die wenigen arbeiten. Laut dieser Studie befand sich fast die Hälfte der Vermögenswerte der Welt, also immerhin 110 Billionen Dollar, im Besitz des reichsten Prozent der Weltbevölkerung. Und noch spezifischer ist es, dass 85 der reichsten Menschen genauso viel besaßen 2014 wie die ärmere Hälfte. Das ist Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Und da kommt auch diese ganze Macht aus dem Silicon Valley und die ganzen Gaffern, also Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, diese Vermögenswerte, die da im Hintergrund stehen, mit welcher Macht die dann auch Wirtschafts- und Bildungspolitik bestimmen. Also ich sehe da ein, das zu zerschlagen, sehe ich ziemlich schwierig und, aber sei es drum. Aber selbst das wird ja sogar in Amerika diskutiert. Also ich meine, da gibt es ja auch eine Gegenbewegung. Das ist so ein bisschen wie um 1900, als die Rockefellers, Vanderbilt, JP Morgans und so weiter diese riesen Trusts hatten. Die sich alles aufgeteilt haben. Ich meine, auch da gibt es leider wieder Parallelen und es ist ja dann nicht so gut verlaufen, die nächsten 20 Jahre nach 1900. Also leider gibt es da auch Parallelen. Im Buch zitiere ich ein paar Quellen, die sagen, und vor allem den Keith Payne, ein Professor für Neuropsychologie an der University of North Carolina, der leider nicht ins Deutsch übersetzt wurde, aber ich habe vieles von ihm zitiert. Der sagt, also wir Menschen sind nicht basisdemokratisch, wir leben in Hierarchien. Das ist, was würde der Konservative in mir sagen, stimmt. Also wir brauchen einen Orientierungsrahmen. Es gibt Leute in gewisser Weise gesellschaftlich über uns, es gibt Leute unter uns, ohne das jetzt Werten zu nehmen. Aber es gibt halt Rangordnungen. Wenn aber die Stufen der Leiter zu groß werden, wenn die da oben zu weit weg sind, die da unten, also wenn das sozusagen sich dehnt, dann wird die Gesellschaft irgendwann sehr krank. Also Hierarchie ist was Natürliches, auch im menschlichen Zusammenleben, aber wenn die Leiter bricht oder die Sprossen zu weit weg sind, dann wird die Gesellschaft krank. Und da gibt es auch Untersuchungen, dass nicht die ärmsten Länder, die mit den meisten Problemen sind, sondern die mit der ungleichsten Vermögensverteilung. Und da gehören dazu Portugal und die USA zum Beispiel. Das nächste ist, dass ungleiche Vermögensverteilung zu politischer Polarisierung führt. Also das sehr schön korreliert, also je ungleicher das Vermögen, desto weiter Rücken rechts und links auseinander, desto kleiner wird die Mitte. Genau das sehen wir ja wieder. Also alles ein Cocktail, der fürchterlich explosiv ist. Und einen weiteren Punkt, wo Sie schmunzeln müssen, der Keith Spain sagt, je ungleicher die Vermögensverteilung, desto höher die Neigung der Menschen an Verschwörungstheorien zu glauben. Naja, in gewisser Weise ist das ja auch nachvollziehbar, weil die Gesellschaft dann nicht mehr funktioniert. Es ist irgendwas aus dem Tritt geraten, man sucht Orientierung und es gibt ja dann schon, man stellt alles in Frage, soll man ja auch. Man stellt vielleicht dann doch zu viel in Frage oder irgendwo muss man ja aufsetzen. Also diese, sagen wir mal andersrum, je ungleicher die Vermögensverteilung, so würde ich es formulieren, desto größer die Verwirrung und desto schneller natürlich die Bereitschaft, irgendwas zu glauben. Auch die Verschwörungs- oder auch die Propaganda der Mainstream-Medien. Also insgesamt haben wir halt mehr Verwirrung dann. Ich möchte gerne zu Europa kommen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, gerade in Bezug auf die ganze EU-Kritik, nicht Europa-Gegner, EU-Kritik. Kissinger hat irgendwann mal im Spaß gesagt, man weiß nicht, ob es stimmt, wen soll ich anrufen, wenn ich Europa sprechen will? Europa hat keine Telefonnummer. Also für Amerika ist Europa sehr diffus zu greifen, weil wer ist Europa eigentlich? Und ich habe es aus ihrem Buch rausgeholt, dass also gerade 1978 als Schmitt und der französische Präsident d'Eston, also Valéry Giscard d'Eston, die haben damals eine Initiative gestartet, das EWS, das europäische Währungssystem. Und die hatten damals eben eine Einheit geschaffen, eine rechnerische Einheit geschaffen, den sogenannten EQ. Und dem sind die einzelnen Währungen der Länder mit einem gewissen Gewicht vertreten gewesen. Also starke Länder wie Deutschland, diese Kurse wurden aufgewertet, schwache Länder, die wurden abgewertet. Und so hat sich eben um Deutschland herum in dieser Wirtschaftszone eine Zone der relativen Stabilität entwickelt. Gerade die Anrainerstaaten, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Österreich, die ja eng mit Deutschland verbunden waren, die haben sich einfach an dem Kurs der Deutschen orientiert. Und die anderen Länder waren im Endeffekt dann in ihrem Bereich auch zufrieden. Tja, und dann, dann kam die Wiedervereinigung und zack, alles kam anders. Ich zitiere hier mal von Seite 295 aus ihrem Buch. All dies änderte sich nach der Deutschen Wiedervereinigung. Frankreich nötigte Deutschland den Euro und die Währungsunion ab. Laut François Mitterrand war das der Versailler Vertrag ohne Krieg. Also das finde ich sehr stark, die Aussage. Für diese Währungsunion war Europa in keiner Weise bereit, denn die Grundvoraussetzungen, die Mobilität von Kapital, Waren, Dienstleistungen und Menschen fehlten. Noch vor der Ausgabe der ersten Euromünze war die Eurokrise vorprogrammiert. Das haben Sie eigentlich schon 1998 bei Ihrer Antrittsrede in Harvard vor dem Euro gewarnt. Probevorlesung an der Bosnien-Universität. Und jetzt in Retrospektive über 20 Jahre später, sind Sie froh, dass Sie Recht hatten? Und wohin schlittert Europa eigentlich in der nahen Zukunft? Ich bin erschrocken. Also ich meine, dass ich Recht haben würde, das hatte ich irgendwie geahnt, weil der Euro jeder ökonomischen Theorie widerspricht. Das haben damals auch 153 Ökonomen gesagt, im Frühjahr 1998. Und die gehen ja sonst nicht so an die Öffentlichkeit. Es gab also diesen Aufruf der 153, da war Stabatti dabei, da waren ein paar andere dabei. Hans-Werner Sinn noch nicht, der wurde später vom Saulus zum Paulus, sagt er ja auch selber, er hat da seine Meinung geändert. Aber es waren 153 Ökonomen. Ich brauche also in einer Währungsunion in der Tat Mobilität von Dienstleistungen, Waren, Arbeit, Kapital. Damit das funktionieren kann. Wir haben in Europa, damals hatten wir noch nicht so die Kapitalmobilität, wir haben aber vor allem keine Mobilität von Arbeit und von Dienstleistungen nur begrenzt. Innerhalb der USA ist das anders, da gibt es Arbeitsmobilität. Das führte zu diesen ganzen brutalen Verwerfungen. Der Euro war zu stark für den Süden, zu schwach für den Norden. Die Zinsen waren zu hoch für den Norden, zu niedrig für den Süden. Das heißt, wenn der Süden zu niedrige Zinsen hat, fließt, wird da investiert, auch auf Pump. Es floss Kapital dahin. Es gab diesen falschen Bauboom. Es gibt Geisterstädte in Spanien, im Norden. Deutschland wurde unterinvestiert in den Schröder-Jahren. Und das hat zur Exportstärke Deutschlands geführt, auch innerhalb Europas. Die Euro-Krise ist keine Euro-Krise, es ist eine Wettbewerbsfähigkeitskrise des Südens. Also wir Deutschen exportieren mehr in den Süden, als wir von dort importieren. Dauerhaft, was zu dauerhaft höheren Forderungen Deutschlands an die EZB und über die EZB dann an Spanien, Italien und so weiter führt. Also der Süden steht bei uns in der Kreide und diese Kreide wird immer dicker oder sagen wir mal der Schuldenstand des Südens. Das kriegen wir nie zurück. Man kann es natürlich auch positiv sehen oder alles hat seine positiven Seiten. Das hat zum Erhalt gewisser Industrien in Deutschland geführt. Also wir haben zwar das Geld nicht bekommen, aber wir haben die Jobs erhalten. Das ist ja auch Quatsch, weil es letztlich eine unausgeglichene Struktur ist. Und das muss platzen, wir kriegen das Geld nicht zurück. Und der zweite Teil meiner damaligen Vorlesung, die beim American Council on Germany auch zu bekommen ist, also sie ist on the record, war dann leider falsch. Und ich habe gesagt, dieser Euro wird nach zehn Jahren in große Probleme kommen. Das hat dann elf gedauert. Und dann werden die Politikakteure merken, was für einen Fehler sie gemacht haben. Dann gibt es große Spannungen und dann knallt es in Brüssel und dann kriegen wir eine reformierte, demokratische Europäische Union. So hat mein Paper geendet. Und das war natürlich eine brutale Fehlprognose. Ich hätte mir nie träumen lassen, wie brutal die Propaganda wird. Ich hätte mir nie träumen lassen, wie repressiv die Maßnahmen werden, wie stark die Eliten eingreifen in das Marktgeschehen, um dieses Kunstgebilde zu erhalten. Ist das der Grund, warum Sie die EZB das Gebäude als Saurons Turm bezeichnen, in Anlehnung an Mittelerde? Ich habe ein assoziatives Gedächtnis. Und irgendwie, als ich dieses Bild da sah, da kam mir diese Assoziation. Da habe ich gesagt, warum soll man es nicht so? Also es ist für mich der Turm des Bösen. Das Zentrum von Mordor. Ich meine, als Christ ist für mich das Böse noch woanders verortet, aber da sitzt es auch. Das ist schon so. Und ich meine, jetzt, und das ist ja das Zynische, jetzt bauen wir in gewisser Weise wirklich Europa. Jetzt haben wir Mobilität von Kapital, Waren, Dienstleistungen und auch von Arbeit. Weil bei 40 Prozent Arbeitslosigkeit in Griechenland, Jugendarbeitslosigkeit, und 30 Prozent in Spanien und Italien, finden die jungen Leute da keine Jobs und kommen in den Norden. Also wir haben quasi mit brutalen, menschenverachtenden Maßnahmen über den Euro, haben wir diese Arbeitsmobilität erzwungen. Also wir haben natürlich in gewisser Weise tatsächlich jetzt die wirtschaftliche Einigung vorangetrieben. Aber für wen? Für die Eigentümer des Kapitals. Und nicht für die Menschen. Nicht für die Menschen. Die sind die Leidtragenden. Die sind die Leidtragenden. Ich meine, wenn wir uns heute Europa anschauen, Frankreich zerrissen, Paris lahmgelegt, politisch-sozial gespalten, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, die scheren alle aus der Flüchtlingspolitik aus, eigentlich in einem Satz, EU ist am Ende. Worin liegt da die Mitschuld von Deutschland? Dass es seine eigenen Interessen nicht definiert und vertritt. Also Stabatti hat auf dem Hambacher Fest, wo sie auch da waren, gesagt, wer seine Interessen nicht bekannt gibt oder sie vertritt, der wird dafür nicht geliebt, sondern wird dafür verachtet. Oder man misstraut ihn, weil man meint, was ist denn die geheime Strategie? Der kann doch nicht so blöd sein. Also ein gesunder Patriotismus, eine gesunde Definition deutscher Interessen in Europa, in der Welt kann nur nützen, weil er uns als Akteur begreiflich macht. Und darauf kann man aufbauen, darauf kann man Kompromisse aufbauen, darauf kann man verhandeln. Wer sich von Anfang an negiert und wegwirft, der kann natürlich auch nichts bewirken. Ich komme zum schwierigsten Kapitel, Deutschlands Abstieg, relativ weit hinten. Es gibt ein Zitat aus Ihrem Buch von einem Herrn Wilhelm Röpke, das Betrachtungen eines Nationalökonomen über das Deutschlandproblem, das hat er 1945 geschrieben. In Zürich? Oder Bern? Aber es scheint, als hätten sich alle nur denkbarsten Umstände verbündet, um immer wieder, wenn die Deutschen endlich zu gesunden und stabilen Verhältnissen zu kommen schienen, die schon greifbare Aussicht zunichte zu machen. Wie viel Geist und Kraft ist von jenem Zentralland der Europas in jenen tausend Jahren ausgegangen? Wie viel redliches, ja verzweifeltes Schreben, das Schicksal zu meistern? Letzter Absatz. Und immer wieder haben die Deutschen mit und ohne Schuld verloren, so sehr, dass man die ganze Geschichte Deutschlands als eine einzige Geschichte der Frustrationen bezeichnen kann. Und wenn ich jetzt Deutschland in diesem Jahr 2019 so anschaue, dann ist das eigentlich eine ziemlich gute Beschreibung. Das Land ist gespalten und frustriert an allen Ecken und Enden. Wir haben eine Regierung, die sich vollkommen gelöst hat von den Belangen der Bevölkerung. Also unsere Regierungschefin kommt schon lange nicht mehr aus dem Volk heraus. Neulich habe ich im Postillon, vielleicht kennen Sie Postillon, dieses Satire-Magazin, Satire-Blog. Beim CDU-Parteitag hat der Postillon geschrieben, Merkel am Leben und noch aktiv. So nach dem Motto, trotz aller Spekulationen, ob sie überhaupt noch lebt, es gibt sie noch und so weiter. Weil sie überhaupt nicht mehr Kontakt hat. Also brillant von ihr, wie sie abtaucht und dann darf man sich so ein bisschen über Karl-Karren-Stauer, Karrenbauer streiten. AKK, ja, ja. Sie listen hier drei große Fehler auf von Merkel. Erstens die Euro-Rettung, zweitens die sogenannte Energiewende und drittens die unkontrollierte Öffnung der Grenzen. Alle Entscheidungen wurden im Eiltempo durch den Bundestag gepeitscht, meistens beim Halbfinale oder wo es kein Mensch mitkriegt, ohne eine entsprechende Debatte, die eigentlich die Schwere der Konsequenzen überhaupt gerechtfertigt hätte. Und der Finanzanalyst Daniel Stelter, der hat die Kosten von 14 Jahren verfehlter Politik unter Merkel mal vorgerechnet. Seite 352 sind je nach Rechnung zwischen 2,4 bis 4,5 Billionen Euro Schaden. Das ist mehr als eine Jahresleistung der deutschen Wirtschaft. Der Schaden, den die Regierung in den letzten 14 Jahren verursacht hat. Was muss denn passieren, damit die Deutschen endlich aufwachen? Weil auch mir fällt gerade noch ein, ich habe dieses Jahr den Herrn Weigel gesehen, zufällig bei einer Charity-Veranstaltung im Wittelsbacher Haus. Es ging um ein tolles Projekt in Afrika, aber der Herr Weigel war der Finanzminister. Der wurde als Finanzminister Weigel vorgestellt, der wurde hochgehoben als denjenigen, der wirklich etwas für Deutschland getan hat. Und wenn ich mir jetzt Ihr Buch anschaue und Ihre Worte höre, dann ist derjenige, der mit am meisten an diesem Schlamassel beteiligt ist. Kriegen wir das nicht gebacken? Wollen wir es einfach nicht sehen, wir Deutschen? Das ist diese alte, nochmal, wir hatten in Deutschland im Großen und Ganzen eine Vertrauenskultur. Also der Alexander Demand, der Althistoriker, wurde mal gefragt, warum es so wenig Aufstände in Deutschland gab. Er sagt ja, weil die Deutschen im Großen und Ganzen gut regiert wurden. Also wir haben in Deutschland nicht diese flächendeckende, also wir haben eine solidarische Kultur auch schon vor dem Kaiserreich gehabt, weil wir so zersplittert waren. Das heißt, die Regierenden waren relativ nah am Volk dran oder wo es größere Flächenstaaten waren wie Preußen. Friedrich der Große hat eben diesen, ich bin der erste Diener des Staates, hat auch keinen ärmlichen Lebensstil gehabt, sondern einen fürstlichen, königlichen Lebensstil wie die anderen, aber er hat sich zumindest bewusst um die Menschen gekümmert. Ich bin der erste Diener des Staates, da setzt man ja auch einen Ton mit, während Ludwig XIV, l'état c'est moi, ich bin der Staat, ganz anderes Verständnis. Und unsere Eliten, also die Unternehmer später, die ihre Villen in den Dörfern hatten und damit Vorbild waren, die Pfarrer, die, also wir hatten im Prinzip schon ein eng verflochtenes Sozialgeflecht, das war auch eng, das war auch beengend, deswegen sind auch viele ausgesagt, auch Schattenseiten, keine Frage, aber man vertraute sich. Betrug gab es wenig, viel ganz anders im Entwicklungsland USA im 19. Jahrhundert, auch die Solidarität der Eliten. Also die schottischen Adeligen haben über Jahrzehnte die Schotten von den Highlands vertrieben, weil es war ein Clansystem, also Schottland war in gewisser Weise vormodern, der Clan-Chef gab das Land seinen Unterchefs zur Nutzung und die gaben es wiederum ihren Clan-Mitgliedern untertan. Und dann kam eben Schafwolle auf, die war begehrt, es gab richtig Geld, die schottischen Adeligen wohnten in Edinburgh oder auch in London, die alte englische Herrschaftstechnik, die Eliten für sich vereinnahmen, die zu viel Geld ausgeben, zwingen. So und dann wurden über Jahrzehnte, wurden die Schotten von den Highlands vertrieben, zum Teil Schotten, also Bewohner raus, Schafe auf der umgekehrten Seite rein, Armut, Häuser wurden niedergewandt, Menschen wurden ermordet, Terror, also zur Auswanderung gezwungen. Das gab es in Deutschland fast nicht, auch wir haben ein paar schwarze Flecken im 19. oder früher eigentlich gehabt, als einige Landesherren haben Söhne als Soldaten verkauft, das waren aber Einzelfälle. Also im Großen und Ganzen gab es diesen Sozialvertrag, von dem Roussaint in Frankreich auch spricht, Le Contrat Social, den es in der angelsächsischen Welt so nicht gibt. Also wir waren zu sehr verwöhnt von unserem Staat, mehr oder weniger. Und deswegen, man kann das Gutmenschentum im klassischen, im besten Sinne des Wortes nennen. Es gibt Gedanken, auf die kommt der deutsche Michel nicht. Also zum Beispiel das Thema der Geopolitik, dass Deutschland seit, Brandon Simms schreibt der Kampf um die Vorherrschaft, dass Deutschland bis heute an einem der Knoten und Entscheidungsstellen der Weltpolitik liegt. Und wie gesagt, wenn man selber die Weltpolitik verdrängt und sie aus dem Kopf wegschiebt, dann findet sie trotzdem statt. Und dann muss man trotzdem ihre Konsequenzen erleiden oder auch die Konsequenzen in Kauf nehmen. Und dieses Denken in weltpolitischen, geopolitischen Kategorien hat nie stattgefunden oder nicht ausreichend stattgefunden und dann in kurzen Phasen völlig übertrieben und damit auch wieder falsch, weil nicht gebremst oder nicht reif in dem Sinne. Und man muss zum Röpke noch sagen, der war ja ein ordo-liberaler Nationalökonom. Er musste 1933 emigrieren aus Nazi-Deutschland. Er war Ordinarius, glaube ich, in Marburg. Er hat den Krieg größtenteils in der Türkei verbracht als Professor, hat dann seinen Lebensabend in der Schweiz verbracht. Also er war Verfolgter des Nazi-Regimes. Aber von dem kommen die Worte, dass Deutschland verzweifelt, ja redlich gestrebt hat, zu gesunden Verhältnissen zu kommen und dass immer wieder sich die Verhältnisse gegen Deutschland verschworen haben. So ist es jetzt ja auch wieder. Wir stehen immer noch im Spannungsfeld größerer geopolitischer Interessen, die an uns zerren von West und von Ost und finden unseren eigenen Weg nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Jetzt haben ja nicht nur Sie in diesem Buch, Welt-System-Crash, sondern auch andere Wirtschaftsexperten vor diesem kommenden Crash gewarnt. In meinen Augen als Laie in Sachen Finanzen, aber so weit blicke ich durch, dass das unmittelbar bevorsteht. Also dass wir eine große Zäsur erleben werden in naher Zukunft. Manche sprechen vom nächsten Jahr. Kollege Krall spricht vom dritten Quartal 20, weil er die Zahlen so interpretiert. Manche sind sich da nicht genau, legen sich nicht fest, ob jetzt 2022, 2024 oder wann auch immer. Fakt ist, dieses System, wie wir es jetzt haben, diesen Turbokapitalismus, ist am Ende. Das System, so wird es nicht weiter existieren. Die Frage ist, was wird kommen? Das ist etwas, was vielen Menschen sehr auf der Seele liegt. Viele gehen dann in diesen Panikmodus, werden irrational. Zeigt sich hier in der ganzen Klimabewegung auch. Extinction Rebellion. Neulich am Wochenende sind wieder zwei hochwertige Autos in München abgefackelt worden. Ich habe komischerweise gar nicht viel in der lokalen Presse gesehen. Ein Auto für eine halbe Million und noch einen Range Rover. Ein Freund von mir hat das fotografiert, war bei ihm in der Nähe. Ich habe nicht viel mitgekriegt in der Medien darüber eigentlich. Ja, wahrscheinlich, weil es keine Rechtspopulisten waren, sondern andere. Schade, dass sie einen SUV fahren, steht manchmal noch drin, aber es ist ein anderes Thema. Die Menschen sind verunsichert. Und ich frage mich auch, wie ich damit umgehen soll, ganz ehrlich. Weil ich sitze auch mit meiner Familie in München und frage mich, was passiert, wenn dann wirklich mal die Lichter ausgehen. Was macht man? Wie kann man sich selber geistig, aber auch physisch auf diese Situation einstellen, dass es nicht mehr so weitergehen wird, dass wir nochmal 40 Jahre Wirtschaftswunder hier erleben würden? Wie bauen wir unsere Arche? Zu beidem schreibe ich ja was. Einmal zum mentalen, geistigen, emotionalen, dann auch zu den konkreten Maßnahmen. Und das Problem ist ja, wenn es in der Krisensituation, wenn es knallt, wenn es donnert, also entweder ein Gefecht oder auch ein Bombardement oder wie auch immer, wer da aus einem Loch rauskommt und losrennt, weil er es nicht mehr aushält, der hat in gewisser Weise verloren. Also man muss Ruhe bewahren, gerade in solchen Situationen. In Trutzburg braucht man einen eigenen Rückzugsort? Ja, da komme ich noch zu. Das Problem ist, dass entweder man wird komplett irrational oder viele sagen dann auch, ich habe den genauen Fahrplan. Also ich schätze meinen Mitstreiter für die Freiheit, Markus Krall, sehr und er hat das auch sehr überzeugend mit dem Bankensystem durchgerechnet. Aber selbst wenn das Bankensystem dann platzt, kann er immer noch sagen, die Staaten, wir machen mal eben eine Sondersteuer oder wir drucken neues Geld oder wir verstaatlichen die Banken. Also es kann ja weiter in Zwangssozialismus im negativen Sinne oder in Kontrollstaat, in Wirtschaftsdiktatur, die wir ansatzweise jetzt schon haben, kann es ja ausarten. Also und dann haben wir noch mehr Kontrollstaat und wir haben eben nicht den Finanzcrash. Kann alles passieren. Wir befinden uns in dieser Transformationsphase und es gibt keinen Fahrplan. Das macht die Leute natürlich noch nervöser. Also es gibt weniges oder es gibt ein paar Dinge, die man machen kann. Einmal natürlich sich um seine geistige, mentale Gesundheit kümmern, sage ich gleich was zu. Das andere ist in der Tat gewisse Krisenvorsorge treffen. Und diese beiden Sachen, die lassen einen dann hoffentlich etwas ruhiger schlafen. Also ich fange mal mit der Krisenvorsorge an. Vorratshaltung in gewissem Rahmen nicht verkehrt. Man darf es nicht übertreiben. Wie viele Wochen? Monate? Zwei, drei Monate? Nein, es kommt auf jeden. Ich würde raten, bitte macht euch nicht zu Permapreppern, die also nur noch darüber nachdenken. Denkt darüber nach. Denkt gründlich darüber nach. Überlegt, was für euch in Ordnung ist. Widmet der Sache mal ein, zwei Monate und dann entscheidet und macht einen Haken dahinter. Weil ich kann mich verrückt machen sonst. Ich mache so viel, wie ich kann, wie ich sinnvollerweise in meiner Situation tun kann. Ich überlege mir, willst du das in Kauf nehmen, nimmst du das in Kauf? Also ich gehe das wirklich Punkt für Punkt durch, mache das einmal, hake es ab. Das andere ist soziale Infrastruktur, Sozialkapital, ganz wichtig. Also vielleicht mal den nächsten Urlaub nicht in Thailand, sondern auf dem Land, im Allgäu oder in Brandenburg oder sonst so, Bekanntschaften schließen. Also viele Städte waren nach 1945 oder nach 1918 froh über ihre Bekanntschaften oder Verwandtschaften auf dem Lande. Also, und das kann doch auch toll sein. Ich mache jedes Jahr mehrfach in Deutschland Urlaub in Brandenburg und in der Eifel. Diese Intratur ist fantastisch. Also wir haben so ein reiches Land auch jetzt noch. Muss nicht nur Neuschwanstein sein. Es gibt genügend Ecken. Ja, und so vielfältig. Also ich bin sehr, sehr gerne in Deutschland. Und ich könnte mir wirklich die meisten Urlaube leisten, die es so anzubieten gibt auf dieser Welt. Aber es gibt mir riesig viel, auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also vielleicht den nächsten Urlaub mal irgendwo im Lande oder auch in Ungarn oder wie auch immer. Wer ein bisschen mehr Geld hat, sind ja nicht alle. Es gibt ja schon Leute, die auch was gespart haben. Irgendwo müssen ja die sechs Billionen, die die Deutschen gebunkert haben, auch sein. Die sind nicht alle bei den Superreichen. Also ein Häuschen am Plattensee gibt es so 130.000 Euro. Also wer zur Mittelschicht gehört, für den ist das irgendwo auch erschwinglich. Also zur gut situierten Mittelschicht. Ich weiß, viele sind es nicht mehr. Aber man kann schon da weiterdenken. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Ich schreibe im Buch drüber. Und das Zweite ist natürlich, einen klaren Kopf bewahren. Also was mir da sehr hilft, ist einerseits mein Glaube, dass man also sagt, wir haben nicht alles in der Hand, ob das jetzt Karma ist oder wie ich als Christ würde sagen, der Herr hat doch die Geschicke letztlich in der Hand, also ein gewisses Gottvertrauen. Das muss jetzt nicht der christliche Gott sein, aber ein gewisses... Ein Verständnis einer höheren Ordnung? Ja, dass man irgendwo weiß, was auf der Welt passiert, passiert wahrscheinlich mit einem gewissen Sinn. Auch das Leiden ist Teil dieser Ordnung. Ich glaube, ähnliche Ideen gibt es in den meisten Religionen. Also das hilft, wenn man das kann, wenn man nur Materialist ist und sieht, das rollt auf einen zu, dann kann man schon verzweifeln, das ist klar. Oder man ist noch mehr im Hamsterrad, will noch mehr verdienen. Aber das ist natürlich eine höchstpersönliche Sache, wie man damit umgeht. Aber auch die Klassiker, ja. Der Herr Krall hat in einem seiner Vorträge einen Ausspruch gebracht, der ist mal wirklich hängen geblieben. Und zwar, von Zeit zu Zeit muss der Baum der Freiheit mit dem Blut der Tyrannen und Patrioten begossen werden. Das finde ich eine ziemlich krasse Aussage. Ich verstehe genau, was er meint. Also wenn diese Verwerfungen kommen werden, wird es auch heftig werden. Halten Sie das für möglich, dass es wirklich so weit kommt? Möglich ist alles. Dass es dann so einen großen Knall gibt, einfach, dass dann wirklich alles auf Null gestellt wird? Möglich ist alles. Und das halten die wenigsten Menschen aus. Also wir Menschen sind halt zu sehr bösen Taten fähig, zu sehr guten Taten. Wir sind duale Wesen. Möglich ist alles. Und das halten ganz wenige aus, die dann doch sich in Scheinausflüchte flüchten. Man kann da verschiedene Szenarien durchdenken. Was ich sehr hilfreich und röstlich fand, waren auch die Klassiker. Also wenn man sich wirklich mit Büchern beschäftigt und merkt, da ist jemand vor 2000 Jahren, der hatte schon ganz ähnliche Probleme. Also wenn man Seneca liest oder Marc Aurel oder andere, oder Tukididis. Dass man merkt, dass da ein Strom der Geschichte ist. Ja, und es gibt Zyklen in Gesellschaften. Die sind zwar nicht streng deterministisch vorgeschrieben. Das wird ja dann auch gleich von den Kritikern gesagt. Der hat ein deterministisches Geschichtsbild. Der will die Geschichte vorbestimmen. Nein, aber es gibt gewisse Muster, die sich teilweise wiederholen oder in ähnlicher Form wiederholen. Man kann hoffen, dass am Ende doch vielleicht ein Lerneffekt da ist. Aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass der Lerneffekt schon so groß ist, dass also die nächste Katastrophe körperlich ausgeschlossen ist. So weit sind wir noch nicht als Menschheit. Wir können nur unseren Teil dazu beitragen, dass es nicht so weit kommt. Also die Klassiker lesen, Dinge um ihrer Selbstwillen tun, sagt auch Friedrich Hayek, ganz wichtig, totalitäre Regimes auf aller Welt, ob das der Finanzkapitalismus ist, ob das der Sowjetsozialismus war, ob das die Nazis waren. Sie haben immer die Menschen gehasst oder den Menschen misstraut, die Dinge um ihrer Selbsttaten. Also um der Schönheit willen, um der Kunst willen, um der Wissenschaft willen. Also sich mit Sachen befassen, um ihrer Selbstwillen, ist ganz, ganz wichtig für mich zumindest, für den Seelenfrieden. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Was wünschen Sie dem Sohn Ihres Sohnes, den Kindern Ihres Sohnes? Wenn Sie jetzt mal den großen Bogen spannen. Wir haben das alles überwunden, wir sind in eine neue Zeit gegangen. Ganz kurz gezielt, wie könnte sie funktionieren und was wünschen Sie den kommenden Generationen? Also ich wünsche, dass sie noch Menschen sind, also dass sie die menschlichen Konflikte, die sie unweigerlich haben werden, wie jeder Mensch sie haben wird, dass sie daran reifen, dass sie die reflektieren, dass sie da durchgehen können, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, solche Konflikte, solche Reifungsprozesse zu erleben und dass wir nicht in irgendeiner, entweder die Welt ausgelöscht haben oder wie in irgendeinem Transhumanismus landen, wo wir also, wo das Menschsein sich dann in irgendwelche Computersphären diffundiert, sondern ich würde hoffen, dass es auch in zwei und drei Generationen noch Menschen gibt, die menschliche Konflikte erleben, die als Menschen wachsen und die auf ihre Art die Welt voranbringen wollen. Herr Professor Otte, ich sage herzlichen Dank für dieses tiefe Gespräch. Es war mir ein echtes Fest, dass ich mit Ihnen hier sprechen und sein durfte. Dankeschön. Alles Gute für Sie im neuen Jahr und wer weiß, vielleicht machen wir dann eine Systemanalyse nächstes Jahr, wie weit wir dann schon gekommen sind. Es wäre mir sehr recht. Also wirklich, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ihnen auch gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ich halte es gerne nochmal in die Kamera. Welt Systemcrash. Also es ist nicht nur ein Wirtschaftssachbuch, sondern es ist vor allem ein geschichtlicher Abriss, nicht Abriss, ein geschichtlicher Ablauf der letzten Jahrzehnte und Zeiten. Ich habe sehr genossen, ich habe sehr viel gelernt daraus. Ich kann es nur ans Herz legen, wenn ihr es unter den Weihnachtstisch legt, auf den Weihnachtstisch legt, dann sagt vielleicht, auspacken erst morgen dann oder so, weil da könnte der Abend sonst in eine andere Richtung gehen. Also in diesem Sinne, ich wünsche alles Gute, eine gute Zeit, kommt gut hinüber und wir sehen uns wieder. Alles Gute. Alles Gute.